Guten Morgen, soll ich dir ein Acai holen oder lieber ein Sandwich mit Käse? Grillada. Spann mal deine Ohren auf Kollege, es gibt gleich was zu essen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Joinville, haben die nettesten Leute hier getroffen, die uns aufgenommen haben. Mit denen wir gestern schon gegessen haben, wo wir übernachten durften, unsere Wäsche waschen, duschen. Die nehmen uns richtig wie eine Familie auf. Wir haben diese Werkstatt bei iOberländer gefunden. Das ist eine App, da gibt es dann die verschiedensten Strafplätze, die sind eingetragen durch andere Reisende, durch Oberländer und unter anderem auch Werkstätten. Und dann haben wir diese hier gefunden und das ist unglaublich. Wir sind hier hingekommen und der Typ, der tatsächlich hier in der Werkstatt arbeitet, war gar nicht da. Die Familie nebenan hat uns dann quasi entgegengekommen und haben direkt angefangen uns zu helfen. Und haben uns Limonade gebracht, das habe ich selbst gemacht, mal eben. Und dann hieß es, ihr könnt ja hier warten, bis der kommt, der Mechaniker. Und ja, dann kam eines zum anderen, haben uns zum Essen eingeladen, dann haben wir abends noch mit denen gegessen. Und ja, Wahnsinn, also die sprechen, also nur die Tochter spricht Englisch. Was ein Segen ist. Was wirklich ein Segen ist. Aber der Rest, also wir kommunizieren mit Händen und Füßen, aber es funktioniert und es ist wahnsinnig schön. Und ja, heute ist der 24. Dezember, heute ist Weihnachten. Und wir sind tatsächlich zu deren Weihnachten, zu deren Weihnachtsfeier eingeladen. Und das ist, finde ich, unglaublich. Also, das hätte ich niemals gedacht, dass wir wirklich Weihnachten dann mit Bayern. Also, ich habe gedacht, wir machen es uns gemütlich irgendwo in der Natur, kochen was Schönes und so. Also, auch cool, aber das ist halt auch nochmal ein anderes Erlebnis irgendwie. Ja, doch schon besser, heute haben wir, heute. Mir eins fällt, was es OPTEEZ. Wir haben einnаничB verdict zu sein. Aber es funktioniert. ein bisschen eine Pärin lass mich mal hier sehen das ich nicht kennenzulernen aber ich weiß nicht diese Sprache Helge Schneider ist du da da? Sommar Sonne Kaktus Liebe Freunde wir sind hier in Brasilien Verkauft euch schon der zu nichts zu gebrauchen ist, den ihr nicht aufbewahrt, denn das ist der Touristen Melksong kommt herein und bezahlt. Silvesterabend ist heute Abend und scheinbar wird ganz Brasilien zum Festivalgelände. Überall werden Zelte aufgebaut, das herrschen eigene Gesetze und wir haben unsere Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020